yo leute und damit willkommen zurück zu super mario boss 3 mit dem flash mit zeithaus hallo ja welt 3 waren wir nicht welt 1 das ist schon geil dass man einsteigen kann daraus können wir normalerweise 100 prozent machen weil wir dann die welten wieder zurück gehen können ja ja wohl drei waren wir und haben gott sei lang beim letzten mal genau aufgehört ich hasse schwimmen level warum krieg ich als erstes und kacklevel gerade wurde man hier nicht runter das ist nicht da fragst du mich niemals weil da war ich noch nie ich hab mein sco nicht lautlos die liegt ja bei 10 am arsch der welt aha weg nun aber wenn ich lautlos hättest dann hättest du aber gehört mein handy ist doch eingefroren wow warum der denn ja na wo lang geht es da oder da da kam es nicht rein da aber wahrscheinlich nein die spuckt gleich kotz gleich meinst du wie der böse erstmal abhaut weg ist er sterbe du stirbst auch immer ich bin aber immer noch gespannt wie weit wir generell jetzt kommen wir kommen sehr weit das erste level ist generell irgendwie einfach immer ne in der nächsten welt ich hab nur zwei leben ich hab nur zwei haben wir bei dem anderen sind wir ja echt oft verreckt schöne schokoriesen was ist das schwarzen fehler da auch an rechts an der seite ich habe recht am rand einen schwarzen fehler schwarzen warum tust du sowas aber schreist du so und vertreib doch mal das war nicht laut doch sicher ja vielleicht bei dir vielleicht hast du mich nur zu laut eingestellt nein 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 aber er fällt da selber runter idiot nenn mich idiot und wir haben noch weiter einlegen und oh töd ich glaube wir müssen das türchen da unten öffnen dann können wir da rein ich kann mir echt gut vorstellen dass wir hier auch wieder rüber gehen ja dieses schwimmen das ist echt der letzte dreck ne ich quitte weißt du für meister quitte ich quitte haha Mama just tell me nooo Mama just tell me nooo oh man den Rest wo wir die Aufnahme beendelt hatten beim Blitzenbein ne habe ich hinten auch dran gelassen oh den Rest hatte ich auch dran gelassen aber zu mir zu sagen nicht schneiden ne ist klar ich hab neben euch da doch irgendeine scheiße zum schluss gelabert hab ja ist klar ist klar ja ich wollte es mit Level 1 nochmal machen ja Level 1 war ja einfach hast ja gesehen 5 Level 5 Leben dafür 5 Level dafür ja ja weeeee cheater weißt ja erstmal dass dort ein Pilz ist na ja boah die sind schwimmen ne ja Mensch die schwimmen das ist richtig laut die Fresse der brauchst doch nur schwimmen weeeee du brauchst doch nur die schneller Tasse gedrückt dann kannst du schneller schwimmen ja der macht dich der macht dich der will Liebe von dir ich schwörte der will Liebe von dir ah fuck ja im Wasser kannst du super gut schwimmen aber nicht unter was also nicht auf der Oberfläche mhm Stein auch noch gleich seems u200 mal mhm u200 für dude u200 zwei die die he Klar. Ich mag dich oben denn gar nicht. Doch. Nee. Ist das nicht reines Wasserlevel hier alles? Hm. Ich glaube hier kriegen wir zum ersten Mal den Quarkfrosch. Jaja. Du bleibst jetzt schön da hinten. Du Fotzerich. So wieder. Nein. Hey. Viel zu schnell. Oh. Er hat ihn diesmal gekriegt. Und ich muss er noch weiter. ich würde jetzt gucken ob da unten was ist und flash ist wie immer nur am fressen kann dauern ja scheiße wie gar nichts essen nein ich wollte eigentlich darunter geht um diese scheiß blume holen ja ja man gleich zu schnell es doch wenigstens richtig und spielgarten was auf und dann mache ich das und dann hast du diese scheiß pilz wieder nehmen du musst jetzt dauerhaft verlieren bis du schaffst hast du doch eh nicht ich bin auf den drauf gesprungen dieser rotz mit dem level ja du kannst dich mal ein bisschen anstrengen tue ich doch ja das seh ich ja ich bin nur zu blöd dazu weißt du doch das stimmt und nicht dein ernst ich sag ja ich bin zu blöd dazu ich glaube ich weiß auch schon wie die folge nenne ich war zu blöd dafür ja dass du zu blöd dafür warst du willst sie doch so nennen ich war zu blöd dafür genau La 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 Man rutscht auch immer viel zu weit Och ey, man kommt da drauf und dann rutscht man gleich wieder 10 Kilometer weiter Ich sag's ja, man rutscht einfach viel zu weit Komm, du warst doch nicht mal dahinten, okay? Halt die Fresse Du hast wieder nur ein Leben Ja, deswegen bin ich dahinten auch wieder runter, weil ich da runtergerutscht bin, du Arsch Jaja, das sagen sie alle Schick dich Wie kann man denn... Oder ich spring vorbei Ja Und du hast nen neuen Versuch Ich seh das schon Mamaaaa Mama ich möchte nicht mehr spielen, der ist mir zu blöd Halt die Fresse Warum ging das denn in den ersten so gut? Ja, wolltest du die ersten Level waren Wir sind schon in World 3, okay? Das ist eine 3 Das ist das Steigern von 1 Eins Zwei Drei Ach, fick dich Pils Ich sag ja auch nur, wie lange wir in der anderen Welt gebraucht haben Ach, die war ne Ausnahme Jaja Ausnahme bist du ja Und wieder runtergerutscht Und wieder runtergerutscht Und wieder runtergerutscht Nee Oh, Mama Ich hätte da reingeh... Ich hätte da reingeh... Ich hätte da reingehen müssen Ja Guck mal, ich hab wieder für'm Leben Ja toll Kannst du es jetzt doch mal bitte schaffen, weil ich ja wenn ich tot bin Und wird das nix Und wird das nix Ja, ich weiß Ja, ich weiß Du, wie scheiß Fische Also so stark auch noch nicht da runterrutschen Ne? Rutscht er extrem stark runter Ja Ja, tut er Oder er bleibt hängen oben Ja 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 Guck Ok Da neue Tasse Das ist aber eh ne Tasse. Wo er automatisch bei dir immer rennt Ja, ist er nur automatisch rennen Where ist girlfriend an der seite, ne? Das ist gut, ne? Ja Geh Weg Blümchen H crystalk抽 k επι vielleicht immer gezeigt wie man mit einem leben wie ein profi das musst du schon weiter kommen das pilz was lass mir doch den pilz wenigstens wieso den quarkfrosch das ist voll super hoch mit jumpen nimm am besten schliebst du bei dem noch das wenigstens groß kann natürlich sein dass es verliert so meinst du wirst du mich verarschen doch ich dachte schon jawohl du bist ein hammer steine mit kaputt kloppen da unten könnte ja nicht frei machen oder nicht ja müssen drei wieder hinkommen und nein nicht fettsack fisch das ist klar natürlich da wurde da nicht rankommen daran kommst du schauen muss ein bisschen flink sein dass du dich gefressen was hast du gerade gesehen wer hat dich eigentlich getroffen da ist noch pilz die pilz pilz die pilz der aber abhaut tu mir nichts einmal weg mit ihm da taucht doch bist du wieder auf oder nicht da wäre doch schon längst runter geflogen da oben fliegt er runter jetzt geschafft das schloss machen darf das was nicht klappt egal los die zwei haben wenn durchzugehen ich weiß ich kann nicht durch du musst auswählen du willst ja nur das ding holen ja damit ich wieder schlossen ne du darfst auch das schloss machen ja klar immer drücken immer drücken und ein strahlendes lächeln mit oral b muss ich eigentlich für jedes was ich nenne einfach dauer werbesendung machen machst du doch so oder so ich füge das jetzt überall dauer werbesendung ein wenn ich das schon sehe ne das kann nicht gut werden halt die frisse komm mal da rein nein nein guck mal der den naja sagt er mal nichts zu ne nimm Tür 3 Nimm Tür 3 jetzt musst du gucken sonst darfst du mal schwimmen gehen ich kann aber nicht schwimmen gehen ja er kommt sie nicht so scheiß geister die war es ja noch woanders gelandet ich bin zu langsam blöd oder lass mich wir den haben meiner ist heute auch wieder ab ach nee habe ich schon gemerkt aber ich krieg das trotzdem hin weil ich so gut bin weißt du doch vor allem umso schneller du bist und so weiter rutscht dann noch weiter oder schwimmst du weiter aber welches ist sonst die tür hier meine das kann ich so machen und jetzt da war ich schon drin nee doch die war das hey kann das möglich sein dass du es vielleicht hast vielleicht auch nur man macht er noch nicht stammt dachte ich zuerst ja weil ich so weit vorhin gerutscht